Am 14. Januar 2007 ist Darlene Conley, unsere geliebte Sally Spectra, von uns gegangen. Es ist vollkommen unmöglich, Ihnen zu beschreiben, wie beliebt sie bei uns allen hier im Studio gewesen ist. Wir wissen, dass auch Sie sie vermissen werden. Darlene hat unsere Serie 19 Jahre lang durch ihr Können und ihre Professionalität bereichert. Vor allem aber ihr Herz und ihr Humor haben Sally so unvergesslich gemacht. Wir alle trauern um sie. Noch so ein Fehler und du bist gefeuert. Ja, man. Raus mit dir. Und ich denke, dass ich mich selbst, was ein wunderschöneres Welt. Ich sehe, dass die Blüte blühen und die Blüte blühen, die blühen und die Blüte blühen, die blühen und die Blüte blühen und die Blüte blühen. Und ich denke, dass ich mich selbst, was ein wunderschöneres Welt. Saul! Ja, ich denke, dass ich mich selbst, was ein wunderschöneres Welt. Ich danke euch für alles. Ja, ich denke, dass ich mich selbst, was ein wunderschöneres Welt.